menschlich, wenn jetzt jemand kommt, wie kann dann drei Dinge ein Ding sein? Wie geht das? Gibt es dafür Beispiele in der Natur oder so? Ja, das ist jetzt noch schwierig sozusagen. Natürlich kennt man dieses klassische Beispiel vom Wasser, das flüssig und gefroren ist, so diese verschiedenen... Und der Dampf. Oder der Dunst oder Dampf, genau. Und eben von der Bibel her müsste man das natürlich beleuchten, dann mit verschiedenen Stellen, die man zusammen sieht. Ja, oder das Ei, da gibt es die Eischale, das Ei Gelb und das Ei Dotter oder das Ei Weiß und das Ei Gelb und die drei sind doch ein Ei. Ja, genau, das ist so. Aber das in aller Ehrfurcht, wir wollen das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen mit diesen Beispielen, aber es gibt doch solche Beispiele in der Natur, wie eben mit dem Wasser oder eben auch mit dem Ei.